Der Plan ist Sektor für Sektor vorzurücken. Ganz rechts flankieren. Okay, ich will mir einmal gönnen, mit Seiten ein bisschen reinzuballern. Hm. Super Smoke. Super Smoke. Super Smoke. Super Smoke, oh oh. Mr. Maxi is down. Super Smoke. Super Smoke. Super Smoke. Super Smoke. Super Smoke. Sehr gut. Schön Cooper. Wirst du Koops? Ja. Schön. 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 Oh, Koopa auf 1-7-0, jawoll. Nice. Let's go! Für Coop oder Coops? Ski! Tja! Kommt sofort zurück! Verletzt das Kabel bedreht! Wir greifen bei Bravo 1 an! Boah, nice, man. Alter, so, alter, so. Der S-Fahr spielst du gerade, oder was? Krass. Und PTFO, Motherfucker. Wir geben den ja so richtig schön auf das Bett gerade. Oh Gott. Hilfe ist schon unterwegs! Was ist das? Boah, 22.0, Alter! Nice. Richtig guter Einstieg. Oh, hier kommt so viel. Hier auf der Seite. Und Maxim holt mich, Alter, wie krass der Runde. Aber diese Runde bin ich krass. Alter, die wie durch, ich war schnell. Oh, ja, so, das passt noch. Das ist die Falschflichtung. Kommt zurück. Das ist der letzte Sektor. Stellt euch auf den Sieg Widerstand an. Der Sieg ist in Sicht. Setz alle Ressourcen ein, die ihr braucht. Warte, warte, ich will dich. Punkt gleich mit Maxi, kann man das Ding, wo ich auch bereit sein kann. Gleich durchbrechen wir die Ressourcenverteidigungsstelle. Shit, ich hab kein... Come on, come on, come on. Ja, ist doch keiner gecheckt. Und wieder da. Ach, nee, ne? Schade, ey. Vollkommen okay. Spawn bei mir. Gute Stelle. Richtig gute Stelle. Ich bleibe in Entdeckung. Ja, jetzt geht's. Also ich geb Smokes. Okay, das ist drauf. Wo denn da? Ja. Ja. Ist mir pinkt eigentlich jetzt. Ist safe. Soweit. Komm mal. Gutes holt. Hey. Ah. Geht euch von Seine Strecke abherrscht, sonst reißt er euch in Stücke! Wir sind nicht gebraucht! Die russischen Truppen sind geschlagen! Und schweat die Squad 20,0 in 25,24 in 30, ja Aber aktualisier mal deinen Stream du hängst da weiter hinterher! Ja, ja, ich hab nur kurz zurückgedrückt, weil ich hören wollte.